Hallo und herzlich willkommen bei der R3S Ranruhe Stage. Wir sind hier in Monheim, das ist am schönen Rhein, irgendwo zwischen Köln und Düsseldorf. Ja, da passt was dazwischen und wir haben heute einen Talk, das ist nicht wirklich ein Talk, das ist ein Interview von einem Unternehmen hier aus der Gegend, die autonome Busse betreiben. Und die wir ein bisschen begleitet haben und wo wir auch ein paar Eindrücke von gesammelt haben. Ebenfalls noch eine kleine Anmerkung, wir nehmen Fragen entgegen im IRC auf Hackend im Channel R3S und natürlich auch auf Mastodon und Twitter unter dem Hashtag RC3R3S oder R3SRC3 oder wie auch, das findet ihr bestimmt dann, das kommt bestimmt bei uns an. Und ja, damit Mats ab, das wollte ich schon immer mal sagen. Lass uns doch gleich mit der ersten Frage anfangen. Gerne. Das ist ja ein Easy Mile EZ10-Bus. Wieso hat sich die Stadt eigentlich genau für diesen Bus bzw. dieses Modell entschieden? Es ist eigentlich ganz einfach. Es gab eine Ausschreibung, nachdem die Stadt das Vorhaben veröffentlicht hat, autonome Busse anzuschaffen. Und in der Ausschreibung gab es zwei Anbieter und Easy Mile hat eben diese Ausschreibung gewonnen und hatte das beste Angebot. Deswegen sind das diese Fahrzeuge. Ist das Angebot jetzt im finanziellen Sinne oder habt ihr da auch besondere Wünsche gehabt? Letztendlich gab es natürlich viele Kriterien, die ausgeschrieben wurden. Und zum Beispiel die Sicherheit ist bei den Fahrzeugen in der Ausbildung am besten gewesen. Genau, dann wäre meine nächste Frage. Was kannst du interessiert, wo du es erzählen? So ein bisschen die Technik drin. Was ist hier verbaut? Was für Sensorik? Was für Computer? Was für Technik? Also grundsätzlich müssen wir eigentlich damit anfangen, wie sich das Fahrzeug lokalisiert. Das lokalisiert sich zum einen über GPS und durch ein NRTK quasi eine Korrektur von dem GPS, eine höhere Genauigkeit zu erzielen. Dann gibt es eine IMU, also eine Inertial Measurement Unit und Odometrie, was quasi den Wegimpuls misst. Und hinzu kommen eben die Lokalisierungs-Leader-Systeme, wo das Fahrzeug einmal eingelernt wurde und die Umgebung quasi abscannt und im Live-Betrieb versucht, das Fahrzeug zu matchen, wo wir jetzt sind. Dann wird quasi eine virtuelle Schiene eingemessen, auf der sich dieses Fahrzeug bewegt. Und von der bewegt es sich eigentlich fast gar nicht weg, weil wir im Endeffekt mit diesen verschiedenen Lokalisierungsmethoden auf eine Genauigkeit von 4 bis 5 Millimetern kommen. Wow, das ist krass eigentlich. Genau. Ansonsten haben wir insgesamt sechs Sicherheitssensoren verbaut. Das sind auch alles LIDAR-Sensoren. Es gibt in diesem Fahrzeug auch Kameras, die verbaut sind, die sind aber derzeit nicht aktiviert. Und in der neuen Fahrzeuggeneration von Isima gibt es auch Radarsysteme, die hier aber auch noch nicht drin sind. Aber ich sage mal, das dürfte tendenziell die Zukunft sein, eine Fusion aus den verschiedenen Sensorik-Daten zu bekommen. Genau. Das war jetzt zur Sensorik. Die Sensordaten müssen jetzt aber natürlich auch verarbeitet werden. Wie passiert denn das hier drin? Es gibt drei Computer hier drin, die eben eine Fusion dieser Daten machen. Es gibt auch letztendlich eigentlich eine Unterscheidung zwischen der Sicherheitssensorik und dann eben der Lokalisierung. Aber im Endeffekt ist das, ja, durch die gesamte Rechenleistung wird das natürlich eben auch erzielt. Cool. Und dann noch so ein bisschen mehr zu dem Gefährt eigentlich. E-Autos haben ja immer noch ein bisschen dieses Reichweiten-Problem. Der hier hat ja auch Akkus. Was kannst du uns dazu sagen? Wie groß sind die? Wie weit kommt der? Ja, die Akkus haben ungefähr 31 Kilowattstunden Leistung. Oh, okay. Das bedeutet letztendlich, naja, wir messen die Reichweite eigentlich selten dann in Kilometern, sondern eigentlich eher in Stunden. Und das hängt halt sehr stark davon ab, ob ich die Heizung oder die Klimaanlage anhab' oder nicht. Das reduziert die Reichweite eigentlich ungefähr um die Hälfte. Also, ich sag mal, ohne Heizung oder Klimaanlage schaffe ich etwa 15 Stunden. Aber wir müssen halt immer vom Worst Case ausgehen. Und deswegen, das ist dann ungefähr die Hälfte. Und darauf müssen wir auch unsere Betriebsbahn ausrichten. 15 Stunden sind jetzt wie viele Runden hier ungefähr? Ihr habt hier so eine Tour durch die Altstadt, die wir auch hier gerade fahren. Ja, also 15 Stunden wären ungefähr 30 Runden. Ich kann dann ungefähr sagen, wir haben 27 Minuten pro Fahrplan, im Fahrplan pro Runde. Wir fahren alle Viertelstunde. Das heißt, wir hätten dann immer einen Fahrzeugumlauf für eine halbe Stunde. Okay. Und ich habe gesehen, wir fahren dann am Ende zurück zu diesem Depot, wo auch geladen wird. Aber wie lange lädt so ein Bus? Wenn wir wirklich auf 0% runterfahren würden, was wir ja gar nicht machen, und was auch eigentlich so gut wie gar nicht geht, dann würden wir ungefähr 6 Stunden laden. Aber so sind wir dann meistens nach 3-4 Stunden wieder vollgeladen. Und dann geht es weiter. Wie viele Busse habt ihr denn, wenn ihr immer 6 Stunden Ladezykler habt und den Busfahrt aufrechterhalten müsst? Im Idealfall kommen wir mit drei Fahrzeugen in Betrieb aus. Wir haben dann ein Reservefahrzeug und ein Testfahrzeug, muss man so zu sagen. Aber häufig brauchen wir auch das Reservefahrzeug. Einfach weil wir eben gerade im Winter mit der Heizung oder im Sommer, ganz im Hochsommer mit der Klimaanlage etwas mehr von Reserve brauchen an der Stelle. Ja, spannend. Jetzt, wo wir noch bei dem Thema der Hardware hier in dem Sinne sind. Ich weiß nicht, ob man ihn vielleicht schon gesehen hat, aber wir haben ja ein Joystick an Bord. Wie funktioniert das hier mit der Lenkung? Gibt es außer dieser schönen Fernbedienung noch eine Möglichkeit, den Bus zu lenken von im Bus? Grundsätzlich lenkt der Bus ja erstmal selber. Genau. Das, was einprogrammiert ist. Wenn wir jetzt vielleicht, wir hatten gerade eben die Situation, da hat jemand quasi mit OneLink Anlage auf der Straße gestanden. Da muss der eher dann als Operator manuell eingreifen und dann manuell mit diesem Joystick drum herum lenken. Eine andere Möglichkeit gibt es an der Stelle nicht. Okay, das heißt entweder Joystick oder er fällt selbst und im Fehlerfall bleibt er stehen, schätze ich. Richtig, genau. Genau, hatten wir. Und dann wäre natürlich noch meine interessehalber Frage. Wir haben ja einen relativ großen Akku dabei und der ist hier in Deutschland. Ich glaube, ihr habt ihn auch 60 km gelassen. 60 Stunden Kilometer kann das sein? Ja, genau. Aber ich habe gesehen, der darf laut Herstellerspezifikation noch 45 Stunden Kilometer fahren. Was kann man, wenn man das wirklich wollte, aus diesem Bus rausholen? Das ist insofern ein bisschen schwierig, die Frage, weil technisch sind 45 kmh möglich, aber das funktioniert nicht mit der Sensorik derzeit. Man muss sich das letztendlich so vorstellen, der Restbremsweg bestimmt eben, wie viel Platz das Fahrzeug um sich herum zulässt. Und je schneller ich fahre, desto mehr Platz brauche ich um das Fahrzeug. Und wenn ich jetzt Tempo 25 fahren würde, dann wird jeder Gegenverkehr aktuell, so wie die Software ist, wird jeder Gegenverkehr uns abbremsen. Ja, das wäre auch nicht so angenehm. Genau, deswegen sind diese 16 kmh aktuell das Optimum, was machbar ist. Aber natürlich wird sich das auch weiterentwickeln und wir werden mit Sicherheit auch hoffentlich absehbarer Zeit auch schneller fahren. Das freut mich, wenn wir auf die Anwohner eigentlich nicht. Bestimmt. Genau, dann kommen wir ein bisschen zur Softwarefrage. Denn dieser Bus verarbeitet ja nicht nur die Sensorik, er muss ja auch irgendwie seine Hunden bekommen. Gibt es hierfür eine API, mit der ihr dann quasi in echtzeit den Bus von eurem Büro aus steuert? Wir können quasi von der Leitstelle, können wir nun bestimmte Sachen machen. Wir können eine andere Haltestellenfolge vorgeben. Also wir können auch sagen, wir fahren jetzt heute rechts rum anstatt links rum, weil da ist eine Baustelle oder eine Sperrung oder ein Wasserrohrbruch. Wir können aber nicht eben von der Ferne irgendwie, sag ich mal, teleoperiert das Fahrzeug steuern. Also wir können nicht von der Ferne lenken, manuell. Und wir können aus der Ferne, könnten wir zum Beispiel die Scheibenmischer anmachen. Wir können aus der Ferne sagen, das Fahrzeug fährt nicht mehr weiter. Das ist das, was wir eigentlich an der Stelle machen können. Viel mehr ist aber eigentlich auch nicht möglich. Wir können auch zum Beispiel sagen, dass wir irgendwie an der Haltestelle nicht zwei Sekunden stehen, sondern zehn Sekunden oder sowas. Das können wir aber nicht. Aber viel mehr eigentlich dann auch nicht. Könntet ihr denn in einer Runde eine Haltestelle hinzufügen beispielsweise? Oder einen weiteren Haltestopp irgendwo daneben, einen kurzen Abseitpunkt da, damit anhalten? Theoretisch wäre das möglich, wenn der voreingestellt wäre schon. Aber da sind wir natürlich wieder auch an dem Punkt, dass wir eigentlich an die Haltestellen auch so nah ranfahren, dass wir möglichst barrierefrei unterwegs sind, dass wir einen geringen Restspalt haben, was zum einen natürlich für mobilitätsangeschränkte Personen wichtig ist, auf der anderen Seite aber jedem zugute kommt. Ja klar, ich habe es gesehen, ihr habt eine ziemlich coole Rampe hier mit dran, damit man hier auch den Vollstuhl rein- und rauskommt sicher. Genau. Aber im Endeffekt ist da eben, wenn wir an Haltestellen ranfahren, ist das ganz genaue Programmierarbeit, um dann halt wirklich auch eine möglichst geringe Restbreite zuzulassen. Genau. Wie monitort ihr denn die Busse im Alltagsbetrieb? Was erpasst ihr da alles? Die werden tatsächlich dann eben aus der Leitstelle gemonitort. Da wird zum Beispiel der Batterieladestand auch überwacht. Da wird eben auch überwacht, wie die Geschwindigkeit ist. Die Leitstelle kann sehen, ob der Kollege im manuellen Modus unterwegs ist oder auch der Kollege tatsächlich automatisch fährt, so wie wir jetzt fahren. Ja, da, sagen wir mal, es gibt jetzt die Möglichkeit, das Fahrzeug auch anzufangen, also Sprechkontakt aus der Leitstelle aufzunehmen. Das kommt dann hier aus den Lautsprechern? Das kommt dann hier aus den Lautsprechern, genau, richtig. Das ist natürlich, wenn es keinen Operator mehr geben würde, ist es natürlich auch erforderlich, um dann den Kontakt mit den Vorgästen aufnehmen zu können. Aber das ist noch Zukunftspusik. Ja, noch haben wir immer eine freundliche Begleitung dabei. Genau. Genau. Ich habe gehört, ihr habt, ich glaube, letzte Woche einen Software-Update in eurem Busse eingespielt. Wie schlimm ist es? Ich würde sagen, wenn... Das ist natürlich ein Prozess, wo wir auch alle ein bisschen dazulehren, um es mal so zu sagen. Nein, wir sind mittlerweile eigentlich ganz gut dabei, dass wir da ein, sag ich mal, ein Testsystem eigentlich aufgesetzt haben. Wir haben einen Testkatalog, den wir durchführen. Wir sind da in enger Abstimmung mit dem TÜV Rheinland als unserer Prüforganisation, was das angeht. Und es geht aktuell trotzdem nur Hand in Hand mit dem Hersteller zusammen. Das, was wir uns natürlich für die Zukunft erhoffen, ist, dass das über das Kraftfahrtbundesamt auch geregelt wird. Und wir nicht quasi in der Einzelzulassung, im Einzelbetrieb mit dem Hersteller selber die Software-Updates, ja, letztendlich durchführen müssen und abnehmen müssen. Und das ist sicherlich ein Punkt, der in der Zukunft dann kommt. Okay, jetzt geht's rückwärts. Genau, ja, da steht ja eigentlich das Linienfahrzeug, der war Mohamed. Der fällt, glaube ich, in einer Minute, fällt der, glaube ich, los. Genau, der steht im Stau. Können wir hinter dem herfahren, dann kann der die Fahrgäste für uns mitnehmen. Ja, genau. Nee, cool. Genau, wir waren bei den Updates. Dazu wäre mal eine Folgefrage. Wie spielt ihr die ein? Kommen die dann direkt over the air in den Bus? Oder müsst ihr hier noch ganz manuell mit dem USB-Stack dran? Tatsächlich müssen wir hier ganz manuell dran. Allerdings nicht mit dem USB-Stack, sondern da kommt dann der Kollege von Easy Mile mit dem Laptop, muss dann aber tatsächlich nachher, also es dauert pro Fahrzeug auch mehrere Stunden, das Update wirklich vernünftig zu konfigurieren. Es kann auch sein, dass eben an der Strecke dann neue Anpassungen vorgenommen werden müssen, weil irgendwo irgendwas verändert sich immer minimal. Und wir haben jetzt zum Beispiel, aktuell kommen wir jetzt an nahen Hindernissen besser dran vorbei. Das ist schon ein großer Fortschritt. Dafür gibt es auch manchmal Sachen, die dann nicht sofort so klappen, wie es vorher geklappt hat. Da muss man dann eben dran arbeiten. Und das geht nur wirklich in Zusammenarbeit und in enger Zusammenarbeit. Und das kostet einfach auch Zeit. Deswegen zu der Ausgangsfrage, ja, es ist nicht so ganz einfach. Und manchmal würde man sich freuen, wenn es einfach over the air geht und dann ist alles viel besser. Aber es ist einfach noch ein bisschen mehr Arbeit, die dahinter steckt zurzeit. Ja, nee, kann ich alles so nachvollziehen. Du sagtest gerade, dass der Hersteller dann zu euch kommt, um mit euch das Update einzuspielen. Wie viel Hilfe ist denn hier remote möglich? Also wenn der Bus mal liegen bleibt, könnt ihr dann irgendwas machen? Ja, klar. Also wir haben mittlerweile jetzt über zwei Jahre Betriebserfahrung gesammelt. Das heißt, wir haben einfach viele Fehler, die schon mal auftreten können, alle schon gesehen. Vielleicht noch nicht alle, zum Glück noch nicht alle. Aber wir haben schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Wir können uns mittlerweile an sehr vielen Punkten selber helfen. Trotzdem gibt es sicherlich auch immer wieder Situationen, da wissen wir dann vielleicht auch nicht weiter. Aber normalerweise ist es eigentlich immer möglich, das Fahrzeug dann wenigstens manuell weiterzufahren. Natürlich kommt es auch schon mal vor, dass einfach fahrzeugtechnische Fehler passieren. Ja, die Klappen kann man nicht auch beheben. Das stimmt. Und da sind wir gerade auch bei unserer Werkstatt, glaube ich, sehr gut aufgestellt mittlerweile. Da können wir, glaube ich, sehr viel mitmachen. Da haben wir eigentlich keine Probleme mehr, was das angeht. Aber wirklich remote kann man nicht so wahnsinnig viel machen. Da ist es dann schon irgendwo, der Kollege, der vor Ort ist, der kann da am meisten machen. Und das wird sich natürlich ändern, falls irgendwann mal Level 4 erreicht werden kann und kein Operator am Airport ist. Ja, und es dann einen Stehplatz mehr im Bus gibt. Genau. Dann zu der Routenauswahl. Was waren da eure Kriterien, nach denen ihr die Route hier ausgewählt habt? Also, die Kriterien sind eigentlich ganz einfach. Wir haben in der Altstadt enge Gassen, die eben mit einem normalen Solobus nicht befahren werden können. Und das ist eben auch ein Bereich, der ja auch tatsächlich noch nicht so gut vom ÖPNV erschlossen war. Hinzu kommt, dass wir auf der noch zu befahrenden neuen Strecke wird ein neuer Gesundheitscampus gebaut. Und da ist auch ein Altersheim. Genauso wie das auf der derzeitigen Ausweichstrecke ist auch ein Altersheim. Und das sind einfach Punkte, wo wir einfach ein besseres ÖPNV-Angebot schaffen wollen, was einfach mit herkömmlichen Bussen nicht möglich gewesen wäre. Und welche Kriterien gibt es da? Also harte Kriterien. Schafft ihr gewisse Steigungen hier? Oder müsst ihr irgendwie mit Tunneln oder Unterführungsaufpassen? Oder ist das alles machbar? Also, es gibt gewisse Steigungen, wo das Shuttle auch an die Grenzen kommt. Die sind aber tatsächlich, eigentlich geht das relativ gut noch. Wir sind aber hier in Monheim, da gibt es eigentlich gerne Berge. Und da ist das eigentlich kein Thema. Was allerdings natürlich ein interessanter Punkt ist, wir fahren zumindest in der Endausbaustufe oder in der eigentlichen Strecke durch den Schärmenturm. Das ist ein bisschen ein Wahrzeichen von Monheim. Das ist halt ein historisches Stadttor mit einem relativ engen Durchmesser. Und da wird es auch schon mit größeren Transporterautos schon schwierig, da durchzukommen. Aber das ist dann so ein Highlight, was wir dann hoffentlich nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres auch mit den Fahrzeugen hier fahren können. Okay, aber ein Rheintunnel wäre prinzipiell machbar? Oder muss man dann doch noch auf den normalen Bus setzen? Wir haben ein bisschen ausgetestet, was möglich ist und was nicht möglich ist. Ich habe ja am Anfang gesagt, das Fahrzeug lokalisiert sich auch über GPS. Wenn ich im Tunnel bin, habe ich kein GPS. Das kann aber trotzdem relativ lange damit zurechtkommen, wenn es nur eine der vier oder eine von den zwei wichtigsten Lokalisierungsmethoden hat. Und wir haben das tatsächlich bei uns auf dem Betriebshof ausprobiert. Also wir schaffen eine Unterführung von 50 Meter Länge, schaffen wir damit. Aber da das jetzt hier eigentlich sonst nicht erforderlich ist, haben wir uns damit erst mal zufrieden gegeben. Mehr haben wir jetzt auch nicht an Testmöglichkeit dabei gehabt. Dann meintest du eben, dass ihr die Routen einmal eingemessen habt per GPS. Seid ihr dann einfach mit dem Bus einmal im Kreis gefahren? Oder wie darf man sich das vorstellen? Tatsächlich, ja genau so ähnlich kann man sich das vorstellen. Also der Deployment Engineer von Easy Mile, der fährt dann die ganze Strecke im manuellen Modus einmal ab und scannt quasi die Umgebung ein mit dem Lokalisierungswieder. Und das ist dann, ich sag mal, das muss dann ein bisschen nachbearbeitet werden, aber das ist dann nachher eigentlich die Basis, um die Umgebung wieder zu erkennen und zu matchen. Das heißt, man kann nicht einfach in der Software sagen, du fährst jetzt heute die Straße, die Straße, die Straße und wieder zurück? Oder geht das? Das ist aktuell nicht möglich. Das muss immer erst vorher eingemessen werden und eingelesen werden. Was aber auch insofern okay ist, weil wir natürlich im EPNV ja immer in einer vordefinierten Umgebung fahren. Und das ist ja auch das, was das Gesetz zum autonomen Fahren eigentlich auch in Anführungszeichen nur hergibt, was aber eigentlich zu unserem anwendungsfreier Vorrang passt. Genau. Dann stellt sich da natürlich die Frage bei Baustellen. In Monheim ist ja gerade recht viel los diesbezüglich. Lernt ihr dann die Strecke neu an, die Baustelle zu kommen? Oder muss dann der Operator jedes Mal Knöpfchen drücken? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Es kommt immer darauf an. Also wenn ich jetzt eine längere Baustelle habe, dann werden wir die auch neu anlernen. Wenn das jetzt eine Baustelle ist, die über drei Tage geht und über 20 Meter oder so, dann fährt der Operator in dem Fall dann manuell einfach dran vorbei. Da lohnt sich das nicht, das neu einzumessen. Was ist da so aktuell eure Schmerzdauer? Wie viele Monate muss es sein, damit das neu einzumessen sinnvoll ist? Das kann man auch nicht ganz an der Zeit noch festmachen. Es hängt auch davon ab, wie groß die Einschränkung ist. Also wenn ich jetzt für einen Monat an einer Stelle nur für fünf Meter um irgendwie eine Verkehrsinsel rumfahren muss, dann machen wir das vielleicht auch. Wenn ich jetzt aber für zwei Wochen für einen Kilometer manuell fahren müsste, dann würden wir auch für die zwei Wochen die Strecke neu einlassen. Man muss aber nur mit einem Bus die neue Route entlangfahren und die anderen hier. So, da hatten wir jetzt einen E-Sport. Obwohl ich abgebremst habe, aber... Das war schon schneller. Hier ist aber nichts. Warum haben wir denn angehalten? Weil das der... Da ist der... Genau, da ist der... Möglicherweise... Hat uns einer überholt oder ist der Gegenverkehr zu nah an uns gekommen? Zu nah dran gefahren. Okay, und dann machen wir eine Vollbremsung. Da ist natürlich das Prinzip, was auch bei Easy-Mine einfach dahinter steht, lieber einmal zu viel bremsen als einmal zu wenig. Natürlich würden wir uns ja auch wünschen, diese Notstops, die jetzt nicht zwingend erforderlich waren. Ich sage mal, ein menschlicher Fahrer hätte sich davon nicht beeindrucken lassen. Aber da ist einfach der Punkt, uns reichen halt keine 99,9 Prozent. An Sicherheit an der Stelle, sondern da haben wir lieber dann den einen Notstopp zu viel, als einen zu wenig dafür. Ja, ja. Stehen geblieben ist alles. Das kann man auf jeden Fall sagen. Nee, genau. Wir waren aber eigentlich stehen geblieben bei den Bussen. Wenn man einen anlernt, wie schert er das dann mit den anderen? Tatsächlich muss ich dann diese Streckendatei runterladen von dem Bus und lade die dann auf die anderen drauf. Okay, also die können sich auch nicht synchronisieren irgendwie. Es geht alles noch recht. Genau. Da muss wirklich jemand, ein Mensch mit einem Computer, mit einem Laptop da dran gehen und sich damit verbinden und das dann eben übertragen. Genau. Es gibt ja jetzt das neue Buzzword Vehicle to Everything für den modernen, smarten Straßenraum. Schwebt euch da auch was vor, jetzt wo wir schon die autonomen Busse haben? Evangelische Kirche. Nein, bitte? Sorry. Den letzten, den letzten, da war die evangelische Kirche dazwischen. Helft euch das, beziehungsweise plant ihr das? Weil es euch hilft auch, nun Busse besser durch die Stadt zu schicken. Ja, also ich sag mal, es gibt natürlich schon irgendwo den Punkt, dass wir darüber nachdenken. Jetzt aktuell zum Beispiel, vielleicht in ganz kleinem Stil, wir werden nächstes Jahr eine Fußgängerzone bekommen. Da möchten wir natürlich auch eine möglichst smarte Kommunikation mit den zu entstehenden Pollern, die dann da kommen, etablieren. Ah, dass der Operator nicht aussteigen muss, Knöpfe in den Rücken einsteigen muss. Genau. Sondern, dass es wirklich eine We-Kill-to-We-to-Ex-Kommunikation an der Stelle wäre. Und ja, natürlich, klar, es gibt natürlich noch viel mehr, was da alles denkbar wäre. Wir gehen da jetzt erst mal auch Schritt für Schritt vor, machen das, was wirklich jetzt ansteht und was nötig ist. Aber natürlich, ich sag mal, in der letzten Endausbaustufe können wir uns da natürlich viel, viel mehr noch vorstellen. Kann ich nachvollziehen. Und dann noch zu dem Bus. Ihr parkt ja in eurer Garage auf diesem Startplatz. Was für ein Pre-Flight-Check macht ihr denn, um morgens mit dem Bus loszufahren? Das ist erst mal sehr stark angelehnt an den generellen Betrieb, den wir auch mit den regulären Bussen haben. Also ich kontrolliere als Operator, ob ich Kratzer habe, ob ich eben auch alle Lampen funktionieren, Fahrtrichtungsanzeige, ob die Reifen in Ordnung sind, ob der Reifendruck in Ordnung ist. Dann muss ich natürlich ein bisschen weiter gehen. Dann muss ich eben auch gucken, ob die Rampe funktioniert, ob die Türen funktionieren. Das gehört eigentlich alles irgendwo dazu und ist eigentlich auch nichts Besonderes. Dann muss ich eben natürlich noch gucken, habe ich eine vernünftige Vernünftige Lokalisierung und funktionieren auch sonst die, sagen wir mal, die Sensorik, funktioniert das, dass das Fahrzeug letztendlich auch nicht von selbst irgendwie losfährt, wenn ich es nicht will. Das muss ich halt eben alles überprüfen. Da haben wir auch mehr Zeit angeplant, als wir das im regulären Busen haben. Dann, du hast es gerade beinahe schon angesprochen, ist euch denn mal ein Bus ausgewüxt? Ist denn schon mal einer losgefahren, obwohl er gerade nicht rausfahren sollte? Tatsächlich nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das hätte ich dann noch irgendwo mitgekriegt, aber im Endeffekt sind die Kollegen da eigentlich sehr gut geschmult. Die wissen eigentlich alle oder die lernen immer alle, bevor ich aussteige und noch im autonomen Modus mich befinde, dann drücke ich einen Notstopp-Taste, dass das eben nicht passieren kann. Ja, nee, klar. Also auf jeden Fall spannend. Und euch wurde auch noch keiner gestohlen, nehme ich mal an. Nee, richtig. Ich denke auch, es gibt sicherlich auch einige Menschen, die mittlerweile ein bisschen mehr darüber wissen und vielleicht auch die ein oder andere Steuerung davon hinbekommen würden. Aber ich glaube, das ist dann doch so speziell, dass da keiner auf den Weg kommt. Und wenn ich auch ganz ehrlich bin, so weit würden sie auch nicht können. Weil die ja tatsächlich nur auf dieser eingemessenen Strecke fahren können. Ach, und im Operator-Modus kann man dann nicht einfach geradeaus Richtung Autobahn fliehen? Doch, das geht schon. Aber im manuellen Modus kann ich maximal fünf Gramm Haar fahren. Ja, da kommen wir dann auch nicht ganz so weit. Das stimmt schon. Genau. Dann nochmal generell. Wenn wir jetzt hier gerade im Dezember durch die Gegend düsen, wie verhält sich der Bus bei Schnee? Wie stellt er fest, dass gerade das Wetter draußen irgendwie frostig ist, dass man Eis auf dem Boden hat, dass es schneit wie sonst was? Naja, da bin ich tendenziell wieder im ÖPNV unterwegs. Da habe ich natürlich als erstes den Operator auch, der das einschätzen kann. Aber ich habe auch unsere Betriebsleitstelle, die eben auch diese Einschätzung abgeben kann. Wir haben auch an der Stelle ganz klar die Vorgabe, dass wir eben bei, sag ich mal, bei hohem Schnee nicht fahren dürfen mit dem Fahrzeug. Da wird tendenziell dann unser Betriebsleiter sein, wir stellen auf der Linie an und ans den Betrieb ein. Okay, ja. Und das ist einfach, unabhängig davon, ob das jetzt geht oder nicht. Wir haben das tatsächlich sogar auch schon mal ausprobiert, mit ein bisschen Schnee zu fahren, das geht auch. Aber das ist dann einfach nur ein Test gewesen. Wir müssen die Sicherheit an erste Stelle stellen und da haben wir dann einfach ganz klar gesagt, das machen wir nicht und dann ist das eben der Punkt. Ich glaube, wir haben Vorfahrt, oder? Ne, haben wir glaube ich an der Stelle sogar gar nicht. Ja, dann weiter geht's. Trotzdem sind wir ja immer zu defensiver Fahrweise angehalten und wir sind die Guten und möchten natürlich eben ungerne selber irgendwie einen Unfall bauen. Ihr hattet auch noch keinen, oder? Tatsächlich hatten wir schon welche, aber noch keinen selbstverschuldeten. Ja gut, das ist ja auch schon mal eine sehr gute Statistik für autonomes Fahren. Genau, doch. Wenn man sich das antwortet. Nein, das ist A und O, dass wir halt eben versuchen, die Sicherheit an erste Stelle zu stellen. Aber dadurch, dass wir ungefähr 65.000 Kilometer im Jahr fahren, passiert das eben auch. Das gehört auch mit dazu. Das ist ÖPNV-Betrieb, da gehören Unfälle mit dazu. Wir sind nur trotzdem sehr froh darüber, dass wir bisher keine schlimmen Fälle hatten. Es gab bisher keinen Personenschaden. Das ist das Wichtigste. Und wir waren es nie schuld. Ja, das ist auch sehr erfreulich an der Stelle. Dann geht es so ein bisschen weiter in Richtung Wartung. Was passiert, wenn jetzt Easy Mile pleite geht? Was macht ihr dann? Wie lange könnt ihr die Busse noch betreiben, wenn der Hersteller ausfällt? Ich glaube, wenn der Hersteller ausfällt, können wir das aktuell nicht mehr betreiben. Okay, das heißt, wir sind natürlich auch von Online-Lösungen, also ich sage mal, wir sind auch von Cloud-Lösungen, von Easy Mile an der Stelle auch abhängig. Wenn die komplett ausfallen, dann können wir das, glaube ich, nicht weiter betreiben. Was ich finde auch sehr hübsch, hier ist gerade das Tür-offen-Symbol, das man so vom Auto her kennt. Genau. Und das Lenkrad-Symbol erkennt ihr? Das bedeutet, dass wir jetzt im manuellen Modus sind. Erkennt ihr, ob die Färbelinnung drinnen oder draußen ist? Du meinst ja eben, dass man darauf achten muss, dass man auf Stop drückt, bevor man aussteigt. Das erkennt ihr tatsächlich nicht. Also man kann das Fahrzeug auch im manuellen Modus von außen steuern. Natürlich gibt es irgendwann so ab 10 oder 15 Metern, reißt dann irgendwann die Verbindung ab. Aber bis dahin kann ich auch von außen steuern. Das brauchen wir auch, wenn wir zum Beispiel die Fahrzeuge auf den Anhänger aufladen, um die zum Betriebshof zu bringen. Hier haben wir nur eine Garage. Das heißt, wir dürfen hier auch keine Reparaturarbeiten durchführen. Das heißt, alles, was wir wirklich dann an richtiger Wartung machen und an Reparaturarbeiten machen, dann müssen wir den Fahrzeug auf den Anhänger aufladen und zum Betriebshof fahren. In die Werkstatt. Das ist auch immer ein kleiner Aufwand, der dann mit dabei ist. Aber Moment, kannst du mal ganz kurz die Safety ausmachen? Nee, das ist nix. Safety on. Genau, mach's nochmal auf Safety off. Also auf 1 musst du das sein. Okay, jetzt ist es auf. Jetzt siehst du nämlich da. Ah, der blinkt rot. Der blinkt, genau. Der blinkt jetzt rot. Jetzt hat er nämlich die Sensoren, die Sicherheitssensoren komplett ausgeschafft. Die sind normalerweise auch im manuellen Modus immer an. Das geht? Das geht. Wenn ich jetzt irgendwo zum Beispiel auf einen Anhänger auflade, ist das ganz praktisch. Wenn ich jetzt irgendwo ganz, ganz eng bin und ich komme sonst wirklich gar nicht mehr weiter. Es ist tatsächlich so, dass die Kollegen das nicht ohne Rücksprache machen dürfen und auch, denke ich mal, dann eigentlich bestenfalls nicht. Aber es ist halt eben, es gibt die Situation, wo das eben erforderlich ist. Und dann ist das jetzt, denke ich mal, gut zu sehen, dass das eben jetzt, dann weiß er, ich habe es nicht aus Versehen irgendwie ausgeschaltet. und jetzt wieder, Der hat eine Hupe? Der hat auch eine Hupe. Ja, es ist halt eigentlich, nee, das ist tatsächlich die Klingel, die Hupe. Die Klingel? Die Klingel ist wie so eine Straßenbahn-Klingel. Aber, wofür braucht man eine Klingel in einem Bus, wenn man eine Hupe hat? Naja, die Klingel ist ein bisschen sanfter. Die Klingel löst auch gleichzeitig eine Lichthupe aus. Also, das ist, wenn tatsächlich, wir sind Elektrobusse, wir sind leise unterwegs. Manchmal, gerade in der Altstadt, gibt es Leute, die laufen auf der Straße, die hören nicht, dass da irgendwie einer kommt. Und dann drücke ich nicht auf die Hupe, sondern auf die Klänge. Und dann erschrecken die sich nicht so sehr. Mit dem Lichthub man die Oma von der Straße. Genau, genau so. Okay, schön, schön. Ja, nee, auf jeden Fall spannend, was es da alles für Ideen gibt. Bei E-Autos kenne ich das, wenn die unter 30 Stundenkilometer fahren, müssen die so ein ziemlich nerviges Geräusch abspielen, damit man die hört. Müsst ihr das auch? Wenn wir jetzt eine neue Zulassung beantragen würden, müssen wir das, ja. Aber ihr habt noch ohne. Genau, wir haben das noch ohne. Es kann auch sein, dass wir, wenn wir tatsächlich mal schneller fahren wollen, müssen wir auch eine neue Zulassung beantragen. Dann kann es sein, dass wir das auch machen müssen. Okay. Dass wir das auch aufspielen müssen. Das gibt es auch, die Möglichkeit, das aufzuspielen. Aber wir sagen halt auch, solange wir es nicht müssen, lassen wir es halt noch weg. Ja. Und das Gute bei den Bussen ist tatsächlich, die sind halt so defensiv, die überfahren wirklich niemanden. Ja, haben wir gesehen, die bleiben stehen. Genau, die bleiben lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig stehen. Aber das ist halt wirklich, das ist auch wirklich sicher. Die Kollegen regen sich eher darüber auf, dass er einmal zu oft bremst, als dass er eben zu wenig bremst. Und das ist aber auch gut so. Kann ich auch nachvollziehen an der Stelle. Wollen wir noch eine Runde drehen? Wie soll's? Alles klar. Ja, Faser. Viel Spaß. Eine kleine Runde, dann habe ich gehört. Ja. Nur in der Ausgangsposition oder an der Haltestelle? Ja, ja. Feste hier vorne wieder an die Haltestelle. Ah, fällt er eigentlich rückwärts genauso schnell wie vorwärts? Ja. Also vier E-Motoren und dann ist das eigentlich egal, wo vorne und hinten ist. Genau, also für den Antrieb haben wir zwei E-Motoren, einer vorne, einer hinten. Tatsächlich ist das Fahrzeug eigentlich auch als zwei-Richtungs-Fahrzeug konzipiert, in Deutschland aber nicht zulässig. Deswegen haben wir ein bisschen was modifiziert beziehungsweise wir haben die Scheinwerfer hinten ausbauen lassen. Ansonsten, wenn er jetzt sich falschrum auf die Trajektorie stellen würde, würden wir auch die ganze Strecke rückwärts fahren. Hätten wir nur die Tür auf der falschen Seite. Also ungünstig zum Einsteigen. Genau, das wäre halt einfach ein bisschen ungünstig, aber rein theoretisch wird das eben auch funktionieren. In der neuen Generation von Easy-Mal ist das aber eben nicht mehr so. Also da ist das dann auch ein Einrichtungsfahrzeug. Okay. Hast du dann zwei gelenkte Achsen? Genau. Das heißt, es macht wirklich gar keinen Unterschied im Prinzip außer der Tür. Genau. Das ist der Punkt und ja gut, jetzt haben wir halt hinten keine Scheinwerfer mehr. Aber abends wäre das vielleicht jetzt keine gute Idee. Ja, nee, klar. Das sehe ich dann durchaus. Gibt es denn auch als Zweitüre dann, dass es dann aber wirklich egal ist, wo was ist? Dieses Fahrzeug nicht. Okay, ja. Ja, nee, spannend. Wir waren aber eben eigentlich stehen geblieben bei den Systemintegrationsthemen, also was passiert, wenn der Hersteller ausfällt. Wie sieht das mit Ersatzteilen aus? Das ist ja auch immer so ein leidliches Thema. Ja, tatsächlich. Also zum Glück ist es bei uns bisher noch nicht so leidlich, dass es nicht gehen würde. Aber natürlich ist schon immer die Frage, sind die Ersatzteile wirklich vorrätig? Wir haben, sage ich mal, mittlerweile auch ein kleines Lager an wichtigen Ersatzteilen, wo wir wissen, dass wir die häufiger brauchen. Aber ansonsten ist es bisher eigentlich immer so gewesen, dass wir alle Ersatzteile auch relativ zeitnah bekommen haben. Aber was ist denn hier so das Top 5 Ersatzteil? Das Top 5 Ersatzteil, also das Lenkgetriebe macht manchmal Probleme. Oh, das ist aber doch sehr essentiell. Also keine Fahrgastraumbeschädigung, sondern direkt unten in der Technik. Ja, genau. Und natürlich die, sagen wir mal, die Lidersensoren, die sind ja an den vier Ecken, stehen ein bisschen außen vor. Also wenn tatsächlich irgendwo mal ein Unfall passiert ist, dann war meistens immer einer von diesen Lidersensoren auch beteiligt oder direkt beschädigt. Genau, die stehen halt über. Und das ist natürlich immer auch direkt relativ teuer. Und da sind die gegnerischen Versicherungen gar nicht so froh drüber. Das glaube ich wohl, dass die sich freuen, wenn man denen einen Schadensfall mit einem autonomen Bus meldet. Gibt das Probleme? Also haben die schon mal versucht, euch da einfach nicht auszubezahlen? Zum Glück ist das nicht direkt mein primäres Thema. Aber so wie ich das gehört habe, gab es da durchaus schon Versuche von Versicherungen. Ja, klar. Wer ist denn gefahren zu dem Zeitpunkt? Schwierige Frage. Wer fährt an dem Bus? Also ich meine, er fährt sich ja selbst, aber ist unser Operator hier eigentlich immer der Fahrer, wenn was schief geht? Genau. Also das ist momentan ganz einfach. Der Operator ist das Fahrzeugführer. Wenn jetzt das Fahrzeug, wenn das Fahrzeug auch einen Fehler machen würde, dann wäre es immer erst er, der auch in der Verantwortung steht. Er muss halt Stopp drücken. Genau. Und das ist halt eben, das muss man, das muss man halt eben schon sagen an der Stelle. Spannend wird das, wenn es vielleicht zukünftig, ja genau, wenn es vielleicht zukünftig kein Operator mehr gibt. Da ist man halt momentan eigentlich relativ klar auf der Ansicht, dass dann der Hersteller dafür... Ja, weil er ja das... Genau. Aber es gibt halt eben die Frage der Produkthaftung und der Betriebshaftung und das... Was hat mir diesmal? Wie ich mir zu nahe drangefahren bin. Ah! Es ist immer wieder die Frage der Geschwindigkeit, die Kombination aus Geschwindigkeit und je schneller ich unterwegs bin, desto mehr Abstand braucht das Fahrzeug zu Hindernissen. Ja, nee. Du meintest aber eben, ihr habt eine eigene Werkstatt, um den Bus zu reparieren. Das heißt, ihr habt die Teile da, ihr habt eine Werkstatt. Könnt ihr das Ding quasi komplett selbst servicen oder muss dann der Hersteller auch mal vorbeischauen? Es kommt immer darauf an, worum es geht. Wenn wir jetzt über Lenkung oder Bremsen oder Reifen reden, die klassische Fahrzeugtechnik, das können wir eigentlich selber. Sobald es an die Sensorik und an die Software geht, geben wir das auch an den Hersteller ab. Da kommt dann auch ein Kollege von Isi Meier. Ah, und dann noch die Frage. Wir hatten jetzt ja schon mehrere Notbremsungen im Prinzip. Wie gut ist dieses Gefährt denn von den Anwohnern angenommen? Grundsätzlich gut. Die, ich sag mal, die meisten Anwohner, die das auch selber nutzen, die freuen sich darüber. Gerade auch die Gastronomen hier in der Altstadt, die freuen sich darüber, weil es dann doch auch eine gewisse Attraktion ist. Das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, gibt es natürlich auch Leute, andere Verkehrsteilnehmer, meistens die Autofahrer, die das hinterherfahren, die das vielleicht nicht so gut finden. Auch das kann ich irgendwo nachvollziehen. Weißt du ungefähr, wie viele Beschwerden ihr das so im Jahr kriegt? Wir bekommen gar nicht so viele Beschwerden. Tatsächlich. Die meisten Beschwerden landen ja irgendwo im Netz im sozialen Medien. Die kommen ja nicht zu euch. Die kommen eigentlich gar nicht zu uns. Wenn man keine Beschwerde-Hotline hat, dann? Wir haben eine Beschwerde-Hotline. Ach ja, und dann? Tatsächlich ist es auch so, dass wir häufig bei Leuten, die sich beschwert haben, haben wir die auch häufiger eingeladen und gesagt, fahrt doch mal mit, guckt euch das mal von innen an und wir erklären euch, wie das funktioniert und dann kam halt tatsächlich häufig auch ein bisschen mehr Verständnis dafür. Warum bremst der denn irgendwie an der Stelle, wo ich gar nicht sehe, warum der bremst und warum fährt der so langsam? Und ich glaube, das ist halt eben ganz wichtig, dass wir eben auch allen Bürgern erklären, was wir hier machen und warum wir das machen und wie es funktioniert. Genau, dann ist noch die Frage, wie ist denn der Lebenszyklus der Busse? Ich weiß, dass ihr die Busse von der Stadt her gekauft habt, aber die fahren jetzt ja auch schon zwei Jahre. Wie lange wollt ihr die betreiben? Wir haben eine Linienkonzession bis 2026, 31.01.2026. So lange gilt auch die Förderung, die wir für dieses Projekt bekommen haben. Das heißt, grundsätzlich wollen wir eigentlich erst mal so lange mit diesen Bussen fahren. Es ist natürlich nur die Frage, wenn, ich sage mal, die Technik entwickelt sich weiter. Es gibt schon eine neue Generation. Vielleicht gibt es auch bald noch eine weitere Generation von den Fahrzeugen. Dann ist es natürlich irgendwann auch die Frage, ob wir die Fahrzeuge nicht doch austauschen. Okay. Und dann stellt man auf einen Kreisverkehr oder ins Museum oder gibt es da auch schon irgendwelche Ideen? Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil in Monheim gibt es eigentlich auch das Projekt, dass Kunst im öffentlichen Raum sich befinden soll. Und fände ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, wenn diese Fahrzeuge dann ausrangiert sein sollten, so ein Fahrzeug auch auf den Kreisverkehr zu stellen. Lohre hat jeder, aber einen autonomen Bus. Genau. Ja, nee, spannend, spannend. Dann noch die Frage zu den Altlasten im Prinzip. Du meinst, es gibt schon einen neuen Bus, der hat auch schon ein Radar dabei. Was gibt es hier noch an alten Techniken, die man so eigentlich dann hoffentlich nicht mehr braucht? Also klassisch, das ist Ketten- und Laufwerk im Airbus. Gute Frage letztendlich. Ich glaube, dass wir eigentlich grundsätzlich erstmal alles mehr oder weniger brauchen, was wir jetzt haben. Nur, dass wir eben vielleicht noch mehr brauchen. Wenn ich jetzt natürlich darüber nachdenke, dass wir irgendwann keinen Operator mehr da haben, dann brauche ich vielleicht nicht mehr so ein benutzerfreundliches Operator-Panel, Bedien-Panel. Dann muss ich mir da sowieso auch andere Lösungen überlegen. Aber das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Aber ich muss dann natürlich ja auch über ganz andere Sachen nachdenken. Ich muss vielleicht überlegen, wie kann ich den Service sicherstellen? Wie kann ich Kontakt zur Leitstelle oder zur technischen Aufsicht dann aufnehmen? Und wie kann ich zum Beispiel den Ticketverkauf sicherstellen? Ah, wie kauft man hier ein Ticket? Aktuell beim Operator. Das ist ganz einfach. Aber zukünftig müssen wir uns da natürlich vernünftige Lösungen überlegen. Ich habe im Prinzip auch schon meine letzte Frage. Was für Learnings habt ihr bei der Einführung dieser Busse in die Stadt? Also was hättet ihr besser machen können? Tja, also ich glaube, man kann natürlich immer viele Sachen besser machen. Es wäre sicherlich hilfreich gewesen, wenn wir eine Strecke gehabt hätten, wo wir teilweise ein bisschen mehr Platz an den Seiten gehabt hätten. Nur die Sache ist natürlich die, wir können uns das ja nicht aussuchen. Wir haben ja tatsächlich diese Strecke auch gewählt, weil da große Busse nicht langfahren können. Natürlich, man kann nicht zu viel kommunizieren. Wir haben, glaube ich, schon viel Kommunikation betrieben und wir haben versucht, das immer allen zu erklären. Aber natürlich kann es da immer mehr noch sein. Das hätte man natürlich auch machen können. Aber im Endeffekt sind wir natürlich ganz, ganz zufrieden eigentlich damit, wie wir das gemacht haben. Ja. Ja, cool. Und was würdest du jetzt noch so zum Abschluss was Schönes sagen, ist das, was am besten gelaufen ist? Also was, würdest du sagen, top, genauso wie wir das gemacht haben, so hätte man es auch machen müssen? Wir haben von Anfang an sehr viele beteiligte Partner eingebunden. Also wir haben zum Beispiel auch von Anfang an auch den Regierungsbezirk eingebunden, den TÜV haben wir mit eingebunden, die Kreispolizeibehörde, die Feuerwehr. Das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Das war auch sehr hilfreich, dass auch alle Beteiligten von Anfang an sich zu diesem Projekt committed haben und da eben keiner dann dabei war, der nachher irgendwo Steine in den Weg gelegt hat. Und das war, glaube ich, ein ganz guter Punkt, den wir gemacht haben. Ja, also die Kommunikation ist da auch wieder der Höhepunkt. Doch, an der Stelle ja, genau. Dann vielen Dank für das schöne Gespräch und die nette Tour durch die Stadt Monheim. Und ja. Danke ebenfalls. Schon mal frohe Weihnachten. Danke ebenfalls. So, hallo. War auf jeden Fall ein sehr interessantes Interview und ich habe mir jetzt Verstärkung geholt und zwar ist mit mir auf der Bühne der Frank. Er ist für die Bahn in Monheim verantwortlich, hat auch so ein kleines Herz für Informatik und sogar für Security. Leider hat es darin ein Unternehmen nicht die Selbstverständlichkeit und wird uns jetzt auch ein paar Fragen beantworten, die ihr sehr, sehr fleißig eingekippt habt. Dafür schon mal vielen lieben Dank an euch zu Hause. Puh, welche Frage nehme ich denn als erstes? Nehmen wir doch die Frage, die ich beantworten kann. Ich glaube, die Antwort darauf kennst du nicht. Und zwar, wie heißt der Hai? Der Hai heißt Heidi und mag am liebsten Erdbeeren. Haben wir da schon mal geklärt. Ich zitiere, soweit ich das verstehe, fährt das Shuttle auf einer festgelegten Strecke. Gibt es Pläne, hier auch mehr in Richtung Taxi zu gehen? Also ich interpretiere das mal so, dass der Bus nicht auf einer fest definierten Strecke fährt, sondern so virtuelle Haltestellen anfährt. Das nennt man im ÖPNV On-Demand-Verkehr. Das ist die Überlegung, das zukünftig auch umzusetzen. Dafür wäre es natürlich cool, wir hätten den Fahrer auch wirklich aus dem Bus und das Shuttle würde vollautonom fahren. Also ein ganz klares Ja. Danke. So, dann weiter zunächst mal. Wir haben ein paar echt. Wie ist das mit Fußgängerinnen? Springen die einfach so auf die Straße, wenn sie den Bus sehen und denken, der hält doch sowieso oder sind sie vorsichtiger? Sowohl als auch. Es gibt natürlich auch immer die Menschen, die dann ausprobieren wollen und mutig sind und dann so irgendwie ihr Fuß irgendwie vor dem Bus schwingen oder einfach mal vorspringen. Das Problem an der ganzen Geschichte, das ist gar nicht so ungefährlich, weil der Bus, der legt dann natürlich eine harte Bremsung hin und sollte man tunlichst vermeiden. Der Bus funktioniert, der bleibt auch stehen, ist allerdings für die Gäste, die in dem Bus sitzen, ein bisschen unangenehm. Danke. Dann zu der Autonomie der Busse. Das geht zurück auf die Frage mit den Taxis. Wie autonom sind die Busse im Moment tatsächlich? Was muss der Operator oder die Operatorin noch tun und wann werden die Busse vollautonom fahren können? Okay. Also im Prinzip hat sich vielleicht schon mal jemand mit beschäftigt. Es gibt die sogenannten SAE-Level. Das sind genau fünf Level. Level 5 ist so Tesla vollautonom. Ich fahre wohin immer du willst auf der ganzen Welt. Level 4 ist eigentlich das, was wir im ÖPNV erreichen wollen, nämlich auf festdefinierten oder vordefinierten Strecken ohne Operator zu fahren. Aktuell sind wir im Status 2, 2 plus und wir hoffen, dass wir so im Jahr 25 wirklich Level 4 fahren können. Cool. Dann eine Frage zu der Energieeffizienz. Rekuperiert der Bus, also gewinnt er Energie vom Bremsen? Ja, tut er. Es ist halt ein Elektrofahrzeug, ein klassisches. Das tun ja alle Elektrofahrzeuge. Natürlich bei den Geschwindigkeiten, die wir fahren, hat das einen geringeren Effekt, als wenn ich jetzt mit dem Tesla oder mit dem EQ natürlich auf der Autobahn vom Gas gehe. Aber ja, das macht er. Dann dazu direkt die Frage, wieso sind die Parameter des Busses, also Batterie, Motorleistung etc., so viel hinter einem klassischen Consumer-Pkw. Gibt es da eine Weiterentwicklung? Ja, auf jeden Fall. Klar ist es, aber man muss auch immer bedenken, es ist ja ein Shuttle, das ist für elf Personen. Das ist zwar ein kleiner Bus, aber das ist jetzt natürlich nicht so ein klassischer Solo-Bus oder ein Gelenkbus, der natürlich eine ganz, ganz andere Leistung braucht. Natürlich gibt es da Fortschritte. Es gibt auch schon eine Generation drei unserer Shuttles. da werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr dann einen im Einsatz haben, aber man muss natürlich das immer abhängig von der Größe und der Strecke machen. Funktioniert das Fahrzeug, das Fahrzeugstrich, das Konzept, auch in engen Wohngebietsstraßen mit Kopfsteinpflaster, gerade bei Begegnungen mit Fahrzeugen? Genau deshalb haben wir ja dieses Shuttle eingeführt. Wir haben in 2017 haben wir uns überlegt, Mensch, wie bekommen wir denn, sage ich mal, unseren Busbahnhof mit der Altstadt verbunden? Über den Gesundheitscampus, der damals geplant war, weil die Idee war, da sind halt sehr, sehr enge Gassen. Da gibt es auch so ein enges Schelm-Tor, wo der Bus zukünftig durchfahren soll und da würde gar kein normaler Bus durchpassen. Da passt maximal ein kleines Auto auf diese schmalen Gassen und die Idee war halt, wie bringen wir die mobilitätseingeschränkten Personen, wie schaffen wir da eine Möglichkeit, die vom Busbahnhof wirklich auch in die Altstadt zu bringen und genau dafür sind diese kleinen Shuttles ja geeignet. Das heißt, man muss sich immer den Use Case angucken. Wenn ich jetzt natürlich überlege, eine Schnellbusverbindung, keine Ahnung, von Köln nach Monheim zu machen, dann brauche ich natürlich ganz andere Busse, weil da kann ich auch viel größere Busse einsetzen. Also es ist immer vom Use Case abhängig. Danke. Dann eine sehr technische Frage und zwar, ob es für die GPS-Lokalisierung in Tunneln keine technische Lösung gibt. Das ist eine gute Frage. Da wir mit dem Shuttle ja aktuell gar keine Tunnel durchfahren, haben wir uns jetzt überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt. Aber was wichtig ist, das autonome Shuttle ist ein geschlossenes System. Ob ich jetzt die GPS-Daten habe oder nicht, der muss funktionieren und der würde auch in diesem Tunnel funktionieren. Da das ein geschlossenes System ist, ist natürlich auch die Idee dahinter, dass das von ganz alleine funktioniert, ohne einen Eingriff von außen. Natürlich hätte er wahrscheinlich eine Herausforderung mit der Trajektorie, die programmiert ist. aber da gibt es mit Sicherheit auch andere Lösungen als GPS. Aber da habe ich jetzt keine finale Antwort drauf. Sorry. Und die meisten Tunnel haben eh nur einen Ausgang und einen Eingang und einen Ausgang oder andersrum? Deswegen... Da wäre irgendwas möglich wahrscheinlich. Das wäre wahrscheinlich machbar. Wie... Jetzt mal eine finanzielle Frage und zwar, wie schaut das mit den Kosten aus? Also das Fahrzeug, einmalige Einrichtung, Aufwände fürs Einmessen zum Beispiel. Wie schaut... Was sind Dauererfahrungen? Was habt ihr dafür... Kannst du Zahlen teilen? Ja, ja, klar, kann ich machen. Also vielleicht vorab nochmal ein dickes Dankeschön hier an auch unser Verkehrsministerium, was man denkt ja immer, die öffentlichen Behörden sind nicht innovativ. Das ist auf jeden Fall ein Vorurteil, denn ohne die wäre das gar nicht möglich gewesen. Die haben uns am Anfang extrem unterstützt und uns auch finanzielle Mittel gegeben, um damals bei der Projektinitialisierung überhaupt die Fahrzeuge anzuschaffen. Das waren fünf Fahrzeuge. Die haben uns auch geholfen, die ganzen Ramp-up-Kosten, also die Initialenkosten zu tragen. Stand jetzt aktuell, es sind die größten Kosten eigentlich die Operatoren, die mitfahren. Ansonsten habe ich natürlich auch immer Kosten, wenn ich, sage ich mal, eine Trajektorie ändere, also die Strecke ändere. Aber das können wir mittlerweile auch schon alleine vorprogrammieren und jemand von der Firma muss das nur noch abnehmen. Aber jährlich bewegen wir uns in einem siebenstelligen Bereich. Dann tatsächlich zum Vermessen und zu den Trajektorien wäre es eine Frage, die passen irgendwie ganz gut zusammen, die Fragen. Danke an den Signal Angel, dafür wirklich sehr gute Arbeit. Gibt es Pläne, die gesamte Stadt zu vermessen, damit man dynamischer zum Beispiel auf Baustellen oder keine Ahnung, auf jeden Fest oder sowas reagieren kann? Auf jeden Fall. Heute muss man sich das so vorstellen, es ist halt wirklich, ich habe halt eine Straße und die Trajektorie, die wir programmieren, ist sozusagen das Optimum auf dieser Straße. Jetzt sieht es ja so aus, was ist, wenn ich auf plötzlich jemanden in zweiter Reihe parken habe? Was ist, wenn da irgendwie, keine Ahnung, Unfall ist, eine Haltestelle ist? Dann muss der Bus natürlich zukünftig auch in der Lage sein, selber sozusagen eine Umfahrung zu leisten. Und das geht natürlich nur, wenn wir von einer fest umfahrenden Trajektorie abweichen. Das heißt, wir werden in Zukunft eher einen Bereich festlegen, in dem man sich bewegen darf. Das weicht ein bisschen von der Trajektorienlogik ab. Aber auch das ist natürlich Forschung und Entwicklung. Da haben wir jetzt auch noch nicht die finale Lösung. Aber im Prinzip müssen wir von dieser festen Trajektorie abweichen. Direkt darauf eine Frage, und zwar, ob auch andere Fahrzeuge die Strecken vermessen könnten. Also das ist jetzt, wenn ich das richtig verstehe, eine direkt darauf eine Frage. Also im Prinzip ja, es geht ja um diese Vermessungstechnik. Das muss halt nur zuverlässig sein. Das könnte theoretisch jedes Fahrzeug und von mir aus auch jeder Mensch machen, wenn er dazu in der Lage ist. Das ist nicht wirklich die große Herausforderung. Die große Herausforderung ist eigentlich der nächste Schritt weg von dieser festen Trajektorie hin zum Umfahren von Hindernissen. Okay. Dann zum Vermessen. Die passen echt gut die Fragen aufeinander. Ich gucke mal, ob ich es zu verantworten kann. Ja, und zwar, es gibt ja dieses Community-Projekt OpenStreetMap. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Gibt es Pläne, die strecken, also ist die Linie schon bereits auf OpenStreetMap? Und habt ihr da Pläne auch vielleicht OpenStreetMap auch von euch aus zu erweitern mit Informationen? Also Pläne haben wir auf jeden Fall nicht. Also was jetzt OpenStreetMap angeht. Welche Pläne wir natürlich haben, ist, dass wir zukünftig auch entsprechendes Kartenmaterial zur Verfügung stellen, wo wir selber sozusagen auch in Real-Time alle Linien, alle Busse, alle Umläufe, alle Missionen halt auch aufzeigen können. Ob wir das jetzt mit OpenStreetMap machen oder mit was anderem, da haben wir noch gar keine Entscheidung. Wäre dann, nur als Anreiz, wenn das schon geplant ist, wäre das natürlich super, wäre natürlich cool, wenn der Zugang zu diesen Daten über eine API oder sowas verfügbar wäre, damit dann die Leute auch wieder was Cooles draus machen können. Und dann vielleicht auch findet sich jemand, der das Ganze in OpenStreetMap reinkloppt oder so. Ja, das ist eine gute Idee. Genau. Dann die Frage zu den Operatorinnen, was für Fahrerlaubten, was für eine Fahrerlaubnis, was für einen Führerschein, was für eine Zulassung benötigen die, damit die das überhaupt machen dürfen? Also prinzipiell haben die alle erstmal einen klassischen, ich nenne es mal Busführerschein. Das führt jetzt, glaube ich, zu weit, hier alle Busführerscheine aufzuzählen. Ich glaube, wichtig an der Stelle ist, dass wir alle Fahrer nochmal fast vier Tage auf den autonomen Bus on top schulen, weil da gibt es natürlich auch ein paar Besonderheiten, die man beachten muss. Wir haben zum Beispiel auch in der Freigabe vom TÜV Rheinland, die wir damals bekommen haben, eine Anweisung, dass wir vor einem Zebrastreifen, bevor der Bus losfährt, nochmal sozusagen eine Manöverfreigabe machen müssen, über so einen Button. Und natürlich noch viel mehr Dinge, was müssen wir machen im Notfall, was ist, wenn die Batterie anfängt zu brennen und alles Mögliche. Dafür schulen wir die sehr intensiv und haben natürlich auch in den Bussen immer einen dicken Ordner liegen, wo die nochmal nachlesen können. Okay, danke. Dann gab es Tätigkeiten für die Operatorinnen, von denen ihr nicht wusstet, dass sie auf euch zukommen? Also Sachen, die euch überrascht haben, dass sie das machen müssen? Was ja immer am meisten überrascht, sind die Menschen selber. Und ich sage mal, der Bus fährt ja in einem ganz klassischen Individualverkehr mit. Und wie du dir vorstellen kannst, finden das viele cool, die sagen, Bombe, aber es gibt natürlich auch immer die Leute, die sich daran stören. Und da gab es natürlich auch echt schon Phasen, wo wir viele Beschwerden hatten, wo wir mit den Menschen reden mussten, wo wir die Menschen an Bord holen mussten. Und das ist ja immer die riesengroße Herausforderung, bei so einem Technologiewandel die Menschen mitzunehmen, auf diese ganze Reise. Ich meine, das kennst du auch, das war eigentlich so die allergrößte Herausforderung an der Stelle. Ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Dann die Frage, dann gibt es eine Frage zur Fahrgastssicherheit, und zwar, falls es mal doch einen Unfall gibt, weil irgendjemand den Bus übersehen hat und mit 50 kmh reingedonnert ist, oder irgendjemand, keine Ahnung, ich war auch mal 15, ist dann vom Bus gesprungen, zu gucken, wie schnell hält er jetzt wirklich an, wie ist es da mit der Fahrradsicherheit und wie sind da auch eure Erfahrungen? Ja, das Thema Sicherheit unserer Fahrgäste und aller beteiligten Personen im Verkehr steht für uns natürlich an Stelle Nummer eins, weil wir stehen da ja auch voll in der Verantwortung. Was können wir dazu sagen? Also erst mal haben wir natürlich feste Verfahren, was passiert, wenn ein Unfall passiert. Das differenziert sich aber überhaupt nicht vom normalen Bus. Dann wird stehen geblieben, dann wird der Verkehr gesichert, dann wird geguckt, ist jemand verletzt, dann wird sozusagen Feuerwehr, Notwagen gerufen und so weiter. Wir hatten aber bisher Glück. Das ist also noch nie passiert. Wir hatten noch nie Ein-Personen-Schaden. Wir hatten zwar mal einen Bus-Schaden, weil jemand überholt hat und uns vorne in Lieder abgefahren hat, aber toi 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 noch nichts passiert. Ja, ich meine, im Individualverkehr passieren Unfälle. Das ist so. Genau. Gibt es auch, habt ihr vielleicht geplant, die Busse quasi als Zug hintereinander fahren zu lassen und dann nur einen Operateur mitfahren zu lassen? Ja, das ist jetzt wieder Use-Case abhängig. Also beim jetzigen bestehenden Anwendungsfall macht das keinen Sinn, weil da passt eigentlich das Fahrgastvolumen von elf Personen, was in den Bus passt, passt sozusagen für die Strecke. Wir haben ja zukünftig auf der Strecke eine Taktung von zehn Minuten, das reicht völlig aus. Das könnte man überlegen, wenn ich sozusagen Strecken mit mehr Personen fahre. Dann wäre es aber wieder aus betriebswirtschaftlicher Sicht, müssten wir drüber nachdenken, macht es nicht Sinn, größere Fahrzeuge anzuschaffen. Dann, Leute, die Frage hätte ich viel früher erwartet, aber alles gut. Wie viel Rechenleistung steckt in dem Bus und wie viel wird in der Cloud gerechnet und das Wichtige, kann man auf diesem Bus Bitcoins meinen? Also, Frage eins. Zum Rechner selber kann ich euch nicht so viel sagen oder möchte ich nicht so viel sagen, aber was ich dazu sagen kann ist, das hat relativ wenig Leistung. Das ist jetzt kein High-Performance-Rechner. Da ist gerade so viel Kapazität, um sozusagen das Stück Software zu managen, was auf dem Bus sein muss. Weil wir natürlich auch gucken, dass wir alles, was da an Elektronik an Bord ist, so wenig Strom verbraucht wie möglich. Das heißt dann aber auch, beziehungsweise bevor ich zum Bitcoin komme, das ist ein geschlossenes System. Das heißt, es wird alles auf diesem Rechner gerechnet. Wir haben keine Anbindung zur Cloud, weil wir natürlich da auch das ganze Thema Cyber Security mit betrachten müssen. Das heißt, alle kritischen Fahrzeugkomponenten sind nicht im Netz. Da kommt überhaupt keiner ran. Das wäre auch viel, viel zu gefährlich. Und das bedeutet, es wird nichts in der Cloud gerechnet und Bitcoins geht dann natürlich auch nicht. Ah, schade. Gut, dann gab es noch eine Frage, zu welchen Problemen dieses Shuttle löst. Aber das hast du ja erwähnt, dass sie damit eine Verbindung in die Altstadt realisieren können für bewegungseingeschränkte Menschen, die sonst nicht möglich gewesen wären mit konventionellen Bussen. Ja, es gibt aber noch ein anderes Ziel dahinter. Vielleicht kann ich dazu noch was sagen. Also das Ziel, das wird natürlich auch immer diskutiert. Das Ziel ist ja nicht, jetzt die Fahrer zu substituieren, damit wir weniger Kosten haben. Ich glaube, unser Ziel ist auf jeden Fall, den Verkehr sicherer zu machen. Weil wenn man sich natürlich anguckt, mal so die Jahresbilanz oder Jahresstatistik, was für Unfälle passieren eigentlich aus welchem Grund, dann ist zum größten Teil der Faktor Mensch dran schuld. ja, weil ein autonomer Bus, der geht abends nichts trinken, der hat, dem geht es morgens nicht schlecht, der hat keine Bauchschmerzen. Das heißt, so 80 Prozent der Unfälle, die so klassisch passieren, könnten wir vermeiden. Und natürlich wollen wir, wenn wir Kosten sparen, unser Angebot verbessern, dass wir sozusagen noch mehr auf die Straße bringen, dass wir sozusagen auch das Angebot schaffen, dass die Menschen vom Auto, von diesem Individualverkehr einfach wegkommen. Ja, das ist auch, glaube ich, ein sehr lobenswertes Ziel. Und dann eine Frage, die kommt von eine gute Bekannte, der hat mich gefragt, kann man mit dem Bus driften? Ja, das ist eine richtig gute Frage. Ich muss ehrlich gestehen, wir haben es noch nicht ausprobiert, aber das Problem beim Driften ist, dafür müssten wir mit dem Bus wahrscheinlich auf einer ganz besonderen Oberfläche auch fahren können und dann wird es mit Sicherheit gehen. Haben wir aber noch nicht ausprobiert, aber vielleicht machen wir das mal. Also, ihr wisst Bescheid, vielleicht nächstes Jahr The Fast and Furious Moonheim Drift. Aber Slow Motion. Gut, dann genau, dann kam noch gerade eine Frage rein, ich frage mal kurz die Regie, wie viel Zeit haben wir noch? Okay, also wir haben noch Zeit für eine Frage. Und zwar, autonomes Fahren, E-Antrieb, neue Strecken, welches war die schwierigste Variable und wäre es denkbar, vorerst nur mit einer Variable zu arbeiten? Also, ja, die zweite Zusatz, die zweite Zusatz, die zweite Zusatz, verstehe ich, die zweite Frage, verstehe ich selber nicht? Okay, gerne. Genau, autonomes Fahren, E-Antrieb, neue Strecken. Welches war die schwierigste Variable und wäre es denkbar, vorerst nur mit einer Variable zu arbeiten? Also, Elektromobilität ist aus meiner Sicht keine herausfordernde Variable mehr. Das ist mathematisch gesehen relativ, oder technisch gesehen relativ simples Ding. Ist also einfacher als jeder Verbrennungsmotor, den wir heute fahren. Die einzige Herausforderung, die wir da haben, sind natürlich aufgrund, ich habe halt eine Leistung, die mir zur Verfügung steht, das heißt, ich kann eine bestimmte Strecke fahren und die Strecken haben wir auch so kalkuliert, dass wir zwischendurch immer Fahrzeuge auftanken können. Das heißt, diese Variable können wir mal als hypothetisch herausfordernd herausstreichen. Die wirkliche Herausforderung ist natürlich für mich eher das ganze Thema Software. Man muss sich das so vorstellen, in der Vergangenheit da hatten wir Mechanik, da hatten wir einen Busfahrer, der in der Werkstatt hatte einen Schraubenschlüssel und heute hat er keinen Schraubenschlüssel mehr, sondern hat einen Laptop mit einem Ladekabel in der Hand. Und ich meine, mit Sicherheit alle wissen, die zugucken, ich sage mal, eine Mechanik zu testen, ob die funktioniert, auch nachvollziehbar. Dafür gibt es wirklich sehr gute Methoden heutzutage. Aber ein Stück Software insoweit zu testen, dass es nicht buggy ist, dass ich wirklich immer eine hundertprozentige Nachvollziehbarkeit habe, was ja jeder Informatiker sozusagen im Blut eigentlich haben sollte, das ist trotzdem eine riesengroße Herausforderung, weil diese standardisierten Testverfahren, insbesondere bei Updates, nicht immer so laufen, wie man denkt. Das wissen wir auch alle. Und ich denke, das ist die allergrößte Herausforderung, mit der wir uns in Zukunft auseinandersetzen müssen. jeder, jeder, der in der IT-Branche arbeitet hat, hat das Ende Dezember mitbekommen, dass Update-Prozesse gerne etwas länger dauern. Absolut. Ich spreche da definitiv nicht aus eigener Erfahrung. Gut, dann haben wir glaube ich soweit alle Fragen durch. Ich bedanke mich herzlich dafür, dass du hier warst. War auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe es gestern nicht geschafft, mal eine Runde mit dem autonomen Bus zu drehen. Kann ich nur abstellen. Vielleicht schaffe ich es heute. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin auf jeden Fall die die die